da sind wir wieder nachdem wir jetzt den ganzen scheiß hier nochmal machen mussten und kletter jetzt endlich hier hoch weil es endlich geht ich höre da schon piech das macht irgendwie ja auch bei einer Seite warum bei mir auch ist doch unfair warum ist es unfair wenn bei mir eins ist ich kann mit Schiff da nicht hoch springen was soll muss auf deine Seite ja erst mal aufs Maul kriegen komm ich nicht auf deine Seite hat das rausgefunden so geht es das stimmt doch lieber du verlieren danke wir forschen und i Isaac i danke Isaac wir sind okay wir haben es verjagt Gott sei Dank Hermann wegen Robert ich verstehe einfach nicht warum er versuchen sollte dich zu töten er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier er wollte unbedingt heim ich wollte unbedingt bleiben aber die Mission ist alles was zählt ich dachte Robert hätte das verstanden ich bin für dich da und das meine ich ernst das meine ich bin für dich da sais er hat ich bin für mich doch mag ich habe gesagt ihr habt es auf max range das war keine gute idee ich kann den nicht treffen das war keine gute idee ich hatte nicht mehr viel leben ja aber warum hat er nicht abschießen können ja warum bin ich vorgelaufen diesmal rennst du nicht runter diesmal renne ich gleich runter ja wow jetzt muss ich wieder runterlaufen weil du stur runterlaufen musst oder geht doch so viel leichter du kannst doch den loot auch mit deinem zeug holen du vogel natürlich sage ich dir aber erst jetzt wurde runtergelaufen ist hinter uns kebabler fie macht das weg bitte alles gut sieht nicht so aus das vier hat mich gerade ach so ich bin ja davor eine explosion stehen geblieben mach starse auf mich macht das auf mich du verblut die langsamer und gibt dir einen erfolg oder auch nicht was haben wir denn da ich glaube der bot will dahin wo wir vorher das loot geholt haben sucher bot erhalten wir haben drei jetzt worte fuk worte fuk das ist gut moment ich glaube nämlich der will dahin der will genau dahin dann tup dich mal aus zwerg nase der will wieder hoch so ja dann kann man sich nicht zu dritt auf eine stelle hinlegen und das jetzt einfach dafür früher zurück nö warum wäre doch viel zu einfach das musst du dir überlegen das wäre jetzt viel zu einfach außerdem geht es ja sogar manchmal gut ich habe noch einen aufzug absatz gefunden aber immer noch keine winde alles ok bis jetzt schon da ist ja korsai es ist ziemlich gefährlich hier oben hier ist eine bank ha und loot sehr bitte vorsichtig ich will nicht robert und sich am gleichen tag verlieren danke der hat will die ausprobieren das sind kreissägen ist trotzdem geil ach du scheiße die gibt es ja auch noch seit wann habe ich die und die ist am bösesten von allen ok die habe ich gar nicht gesehen ok bin über den vollen schaden hinaus kannst du bitte so viel schaden machen meiner ist nicht mal voll wie machst du das sag mir das bitte durch die sachen was die dinks hab noch durch die ganzen platinen er hat ja überall plus zwei schaden platinen ja und minus eins feuerrate und so ne wirklich nicht meine hat eine gute feuerrate meine nicht meine hat überhaupt keine feuerrate wenn man die auflappen muss so auf geht's gibt es hier noch was ne so aufnahme läuft oder ja ja aufnahme läuft jetzt wieder also ich habe jetzt das rausgecutt das ganze rum basteln wir sind wieder da so und jetzt klappen wir mal die scheiße hier ein ich frag mich wie weit es den scheiß berg noch hoch geht jetzt mal ohne witz langsam reicht es ok andere darf er vielleicht verwenden davon hoch ja profis am werk also ganz ehrlich ich meine wir können ja alles wegschießen und so aber der komplette felswand wegschießen ist glaube ich weiß nicht irgendwie zweifelig dass das möglich ist klettern klettern kletter doch alter was ist mit dem warum klettern wie soll man das schaffen es geht wo die war fast an der richtigen stelle ich hab dann kurz stehen geblieben du musst einfach rüber jump auf die andere seite das versuche ich ja die ganze zeit habe es geschafft bin ich nicht weil du weil ich nicht warum ist der jetzt nicht warum ist der wieder zurück ganz ehrlich einmal ich dachte so eine scheiße macht nur isaac aber kava ist wohl auch nicht besser was für ein bullshit ganz ehrlich einmal hi weg da schleifen ja ja schau ich bin am selben punkt gesprungen wie du vor dir du warst ein ganz kleines stück unten drunter na aber du hast mich blockiert obwohl ich vor dir gesprungen bin jetzt hab ich ihn blockiert heute ist ja so ganz ehrlich geh auf den geist du warst ein kleines stück unter mir siehst ein ja aber trotzdem hast du mich blockiert und das ding ist ja nicht rüber ich taug schon wieder und die fucks ja ich war noch nicht mal drüben aber ok ich bin noch nicht mal gesprungen na das geht nicht um die ich springe an der obersten stelle wo du am ehesten springen kannst wo du gesprungen bist und ich komm nicht rüber du musst springen kurz bevor der fucking stein da ist wirklich kurz bevor der auf dich auftrifft musst du springen max wann ich springe ist doch scheisse gar man sollte immer an der man kippt immer an dem moment darüber also auf den position moment mal nein ok kann man das nicht das war jetzt ein versuch ich dachte vielleicht kann man stase auf den machen na aber das wärs jetzt gewesen ihr seid auch behinderte wurenkinder ohne spaß nur wie du jetzt was nicht beim ersten mal schaffst na es geht da ums prinzip wenn ich bei jeder wand kannst du rüberspringen egal wann da muss man auf dem facebook warten kurz bevor man schau mal ein bisschen nach links da wo du rüberspringen wolltest die ganze zeit sind stacheln da kann man nicht rüberspringen und jetzt wo waren da stacheln ja du warst über mir ich war praktisch neben dir du warst über mir einen Meter ja ich muss ja über dir sein unter dir würde in die sachen springen ja ist ja richtig so aber bei mir hat es ja auch geklappt ja ist so klar dass bei dir klappt du warst an der stelle wo man anstehen rüberkommt ja nicht ja nicht ja nicht ich hatte das ich hatte das So, da soll ich wieder springen, oder?